Musik Ja, wir haben es halt gedacht, das ist jetzt die letzte Möglichkeit und wir waren heuer noch nicht. Und ich finde es schon sehr schade, dass uns das genommen wird. Vor allem, wenn du eigentlich alles dafür gemacht hast, dass es so bleiben kann. Aber ich verstehe auch die Problematik und ich erkläre mich, ich sage auch solidarisch. Es ist schon sehr schade wegen Lockdown, aber da kann man nichts machen. Wir nutzen heute noch den letzten Tag aus für den Grüßkindlmarkt und bleiben dann brav zu Hause. Wir versuchen den heutigen Tag noch zu nutzen, weil wir dann 30 Tage nichts mehr miteinander machen können und noch ein bisschen Spaß haben heute. Wir nutzen ihn noch, gehen am Weihnachtsmarkt, gehen ein bisschen Sachen anschauen und dann geht es morgen wieder nach Hause. Na gut geht es uns nicht, weil wir haben was anderes geplant. Wir haben diese sechs Wochen schon reingeplant. Das hat viel Spaß gemacht, die Arbeit bis jetzt. Niemand hat gedacht, dass er eine Woche lang macht auf die Weihnachtsmarkt. Also das ist ein bisschen traurig für uns und auch kein Böder. Also gut geht es uns nicht. Viel Arbeit für eine Woche. Die Leute wissen gar nicht, wie viel Arbeit da drinnen steckt, so einen Stand aufzustellen und zu dekorieren. Und alles für eine Woche. Ja, ärgerlich. Die Leute wissen, wie viel Arbeit da drinnen steckt.